Und jetzt von da unten Passt mich doch Boi 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich jetzt gleich meine Tränke nicht aufgefüllt bekommen, bin ich angeschmiert. Ich sollte vielleicht auch wieder Mana auffüllen. Nö. Einfach so. Nö. Ah, wie kriege ich den hier oben weg? Nö. 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 Okay, das macht wenig Daten. Okay, das ist gut. Das ist das einzigste Gute, ich farme gerade hier übelst grün. Das ist das einzigste Positive gerade hier. Ist der gerade runter gejumpt? Der ist gerade runter gejumpt. Das war er nicht. Okay. 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 Der ist da unten. Der ist runtergeflitzt wie so ein Weltmeister. Da hab ich aber ein Problem, weil ich hab kein Mana mehr. Ah Leute. Geronimo. Alter. Die Höhle wollte ich schon sagen. Die Höhle ist cool, ja? Die Gegner nicht. Die Gegner sind ein bisschen uncool. Oh, hier komm ich nicht rüber. Aber ich muss da rüber kommen. Ernsthaft jetzt? Wo kam der denn jetzt bitte? Ja. Hast du das 3 Stunden lang den Drachen zerlegt? Ui. Von drüben kam der. Muss man mal ne Magie ein bisschen einsparen hier. Oh scheiße der ist runtergekommen. Wo, 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 wo kommt der denn her? Kann doch nicht wahr sein. Boah voll die Grafikwax. Guck mal. Boah, ich verzweifle hier noch in der Höhle. Glaubt mal. Ja. Ich glaube, ich werde hier niemals rauskommen. Ich lock den jetzt mal mit einem Schuss. So. Erwischt. Ich will keinen Stoff behalten, ne. Aber erstmal will ich gucken, dass ich hier lebend wieder rauskomme. Ich will keinen Stoff behalten. Das war ne Falle, Spock. Ich wurde mit ner Falle hier rein teleportiert. Und konnte mir das nicht aussuchen. Wo steht das? Mein Talent. Die Frage ist, was es bedeutet. Nach dem Heilen. Achso, ist keine Asche drauf. Wow. Ihr lenkt mich ab. Lass mich mal grad hier den Dude hier... Jetzt ist der da drin, Alter. Das können wir zählen. Jetzt schon wieder ein Arsch offen. Naja, heißt das nur nicht... Äh, heißt das nicht nur, dass ich hier keine Wölfe spawnen kann? Ich meine nämlich schon. Ich mache das nicht. die höhle sieht so auf jeden fall an sich sehr sehr geil aus das monster steht schon wieder da oben so Wie kann ich den denn nun aufspießen? Check ich immer noch nicht so richtig, wa? Ja, das will jetzt hier mal peu a peu die Hülle ein bisschen entdecken. Den kill ich gleich. Gucken jetzt einfach mal hier rein. Fünf goldene Runen. Die Frage ist, komm ich da hoch, ohne dass der andere mich killt? Da oben steht nämlich noch so ein Vieh. Was? Emduckt dich am besten gerade hinter ihm und normal schlagen, okay? Die ignorieren mich halt voll, ne? Okay, nicht wenn ich sein Material klaue. Oh. Hahaha. Hahaha. Hm 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 Schmiedestein. Fünfmal, Alter. Ach, ne, mal eins. Aber jetzt liegt es... Ja, ein bisschen, ja. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich überlebe und den da oben platt kriege. Schimmersteinüberreste. Ich finde es schade, dass du, wenn du hier so Kisten kaputt machst und sowas, dass da nichts rauskommt. Finde ich ein bisschen schade. Ah, einmal links klickt einfach nur. Ja, und dann kann man die so aufgießen, ja. Sehr geil. Uh, Kristallü, Kristallü. Werde damit. Loot, 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 loot. So, jetzt muss ich den, den da oben irgendwie totkriegen. Das Ding ist, der wird richtig pisst sein, wenn ich den attackiere. Kadoosh. Kadoosh. Ja, sehr geil. Kauern weg. Kauern weg. Da geht's auf jeden Fall weiter. Und unten geht's weiter. Diese Schatten, das sind Geister, beziehungsweise Runenbogen. Ähm, das sind andere Spieler quasi oder Abbildungen von anderen Spielern. Wie sie hier getryt haben. Da oben ist eine Leiter. Und da oben ist auch, ne, das ist ein totes Vieh, glaube ich. Wann, die Leiter komme ich ja gar nicht dran. Oh, come on. Hätt ich doch fast geschafft. Das ist blöd, du musst mit Alt gedrückt halten, kannst du schneller laufen und dann musst du Leertaste. Ah, okay, ja, so geht's auch. Also mit Tastatursteuerung ist das ein bisschen tricky. Guck mal. Ich könnte jetzt da oben rein springen. Frage ist, ob ich das machen soll. Moment, wir gehen erstmal ganz kurz unten gucken. Da ist da so eine Höhle. Oder hier ist ja nochmal irgendwas. Ah, guck mal, da krieg ich Tränke. Muss da runter. Auf jeden. Hier ist denn jemand, ne? Ne. Lügner voraus. Zeit für dies Mist. Okay. So, wenn ich aber jetzt, äh, das hier nehme, dann sind die Tränke zwar wieder aufgefüllt, aber ich muss den ganzen Driss auch nochmal killen. Jo, wo bin ich denn, ey? Lul. Okay. Ich bin, äh, hallo. Ich bin auf jeden Fall ziemlich weit weg. Übrigens Karte versuchen. Jo, wir sind auf jeden Fall, äh, weit weg von zu Hause. Glück und dann Verzweiflung. Ah, wie geil. Gut. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir oben weitermachen. Oder oben weiterkommen. Ähm, ist jetzt nur die Frage, ob wir hier oben rein springen. Oder da hinten. Achso. Ne, warte mal. Wo könnte ich noch weiter? Ah, ne, ich muss dort sogar rein. Da geht's nicht weiter. Hier war ja auch nichts mehr, ne? Ne. Ne, muss ich da rein. Oh Gott. Oh Gott. Ich will das looten. Ich will das looten. Gib mir den Loot. Kuckuckschimmerstein. Okay. Ui. Entschuldigung. Wow. Der hat mich mal kurz dezent erschrocken, ey. Was hat der da angespindelt, ey? Wie so ein Mongo. Ich hab keine Ausdauer. Okay. Okay. Also davon sollte ich mich definitiv nicht treffen lassen. Das Problem ist, das Problem ist, jetzt leben die wieder alle. Oh, ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaub, die großen Krabbelvieh. Oh, ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaub, die großen Krabbelvieh. Ich auch nicht. Ähm. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, okay? Oh but. Ich hab das. Oh och. Yum. Wie nightomos reißen sich mir wieder alles reparert. Okay. Tapsen ist Design. Immer wieder. Das ist deine Aufgabe. 右 child. Hmm. Okay, den Rest spare ich mir, das werde ich es wahrscheinlich noch brauchen. Ich stehe halt einfach da. Nein, 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 nein. Lernernernernerner Chhh Alter, wie er mich hittet. Scheiße, das gibt wieder nichts, aber wenigstens habe ich mir meine Punkte wieder geholt. Das ist der Nachteil, wenn man stirbt, man muss den ganzen Mist nochmal killen. Mann, wieso Rage die denn hier so? Stopp doch einfach. Ja, jetzt höf ich die auch noch, ey. Wobei, jetzt kann es mir eigentlich egal sein, die ist heruntergesprungen. Gehe ich einfach weiter. Alter, was ist denn mit ihm? Leute, ich mach mal kurz 5 Minuten Pause. Geh mir mal eben eine rauchen. Ja, mal kurz wieder Kopf frei kriegen, dass ich wieder klar denken kann. Und dann geht's weiter, ja. Das muss sein zwischendurch. Man muss sich zwischendurch mal 5 Minuten nehmen, sonst... Sonst verkackt man halt immer. Auf ein neues. Mal gucken, wo ich die... Äh... Wo bin ich denn gestorben? Hä? So drüben bin ich ja gestorben, ja. Und... Nein, das wollte ich nicht. Ich muss mich in Ruhe. Das war so meine Sachen. Von hier. ich bin mal kurz weg da haben wir hier war nichts mehr doch hier wie der stein erstens ich möchte nach hause gehen aber wahrscheinlich dunkel schmiedestein oh das ist so cool wow hold on nein 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 Das war wieder unnötig. Das muss ich wieder tranken. Aber Punkte gibt es hier in der Höhle auf jeden Fall mega viele, ne? Also das auf jeden Fall. Kopf, die Kopf und Schmiedesteine gibt es hier noch und nöcher. Warte, die Truhe da warten wir mal ganz kurz. Ich bin auch eben noch hier oben. Wer weiß, vielleicht portet uns die Truhe nämlich zurück. Grundsteine, sehr geil. Gut. Hmm. Gut. 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 Gräberstab. Wo kommt der denn her? Das finde ich so geil, dass die die Leitern hochkommen, ja? Nein! Jetzt bin ich selber runtergefallen. Oh ne, er kommt hinterher. Jetzt muss ich da wieder rüber. Habe ich noch Tränke? Ja, Tatsache. Einen hab ich noch, hallo? Oh. Ist auf jeden Fall ne cool Oh nö Blöd ne Wobei wir können Ich kann hier nochmal eben ein paar Typen killen Dass ich noch ein paar Kristalle sammle Ich kann hier noch ein paar Kristus da ist keiner okay das ist auch cool gut 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 Okay, hätt ich nicht machen sollen. Ich will endlich raus da. Ich will endlich raus. Ich bin in die falsche Richtung geschlagen. Okay, kann mir egal sein. Okay, ich bin in die falsche Richtung. Okay, ich bin in die falsche Richtung. Ja, ich bleibe einfach verstecken einfach. Mach auf. Könnte so einfach sein, ne? Nö. Ich bleibe wieder hängen. Aber das ist so nervig, Mann. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.